Frequenz OE3-XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz OE3-XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz. OE3-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz. sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz. OE3-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 5055 kHz. und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Willkommen beim OE-Rundspruch heute am 16. Februar. Sagen OE1 Whisky-Bravo Sierra und OE1 November-Bravo Sierra an der Live-Bild-Regie für den YouTube-Kanal. Silvia, OE1YXS, die lässt sich heute entschuldigen, die arbeitet und isst. In Kürze dann, es ist 9 Uhr, sie wird jetzt wahrscheinlich gleich ins Auto steigen, wieder mit einem japanischen Filmteam durch Wien unterwegs, um den Gästen unsere schöne Stadt zu zeigen und gute Plätze mit ihnen für schöne Wien-Bilder anzufahren. Also sie ist heute hier nicht dabei. Mit dabei aber sind natürlich unsere Verbindungsstationen. Zunächst einmal Kallenberg OE1XUU wird bedient von Harry OE1 Papa Hotel Sierra und den Bestätigungsverkehr für den Exelberg, den macht der Rudi OE3 AAS, den Exelberg selber, bespielt der Fritz OE1 Foxtrot Whisky Uniform. Danke Harry, danke Rudi, danke Fritz, auch für die Rückmeldung Harry. Dankeschön. Ja, weiter. OE1 Foxtrot Sierra OE1 FFS, bespielt auf 13 cm OE1X KU. Und danke Fritz, denn er hat bei der letzten Sendung, wie wir nicht live im Studio waren, die Simplex S22 übertragen. Christian OE3, Charlie Quickback Bravo überträgt über den Reflektor 4189 in DMR, Hans OE1 Juliette Eco Whisky auf dem Hochwechselrelais, Kadel OE5 PKN über Linz Lichtenberg OE5 XLL und auch per WhatsApp gemeldet hat sich Gerald OE1 Whisky Golf Uniform, der die Übertragung am Nebelstein Rallye durchführt. Mumble.oe1.ampr.at wird von Gregor OE1 Sierra Golf Whisky bespielt. OE1 Golf X-Ray Kilo überträgt auf 23 cm. Gemeldet hat sich auch der Chris, OE3 Charlie Hotel Charlie, der im 80-Meter-Band bestätigt und der Peter, OE1 Papajenke Alpha, der die Bestätigungen auf Simplex S22 für euch entgegennimmt. So, ja, aber das ist noch nicht alles. Weiter haben wir hier die Rückmeldung von Werner, OE6 Sierra Kilo Golf. Werner schreibt uns, hallo Rundspruch Team. Übrigens danke für den Beitrag ATV, Oskar 100 voriges Mal, sehr gerne lieber Werner. Ich übertrage die Rundsprüche weiterhin auf Oskar 100 mit einem Mega-Symbol pro Sekunde auf der Frequenz 10,494 Gigahertz. Schöne Grüße aus der Steiermark. Dort hatte es seinen Angaben zufolge heute um 6.43 Uhr minus 1 Grad Celsius. Dankeschön lieber Werner, schöne Grüße. Nach OE6. Wir bleiben gleich beim Thema QO 100, also unserem wunderbaren geostationären Satelliten, der uns zur Verfügung steht. Und hier habe ich einen Beitrag der Amsat.dl. Ja, danke Mike. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht gestern. Übrigens, wenn ich das einstrahlen darf, zum ersten Mal in einer Verbindung Ham Messenger zu einem iOS-Gerät in der Hand von unserem Nikola Sojans NBS, der es nämlich gestern geschafft hat. Der Durchbruch ist gefallen und wir haben gestern die ersten Ham Messages am Hamnet über iOS, übers iPhone austauschen können. Super Sache, Niki. So, pünktlich zum erstjährigen Jubiläum der erfolgreichen Inbetriebnahme der beiden Transponder von Qatar Oscar 100 steht eine Zugabe an. Die Kapazität des Narrowband-Transponders wird von rund 250 Kilohertz auf knapp 500 Kilohertz erweitert. Aufmerksame Beobachter haben natürlich längst schon festgestellt, dass der Durchlassbereich des Narrowband-Transponders tatsächlich größer ist als bisher veröffentlicht. Umso erfreulicher die Tatsache, dass sich praktisch alle der Funkamateure an den bisherigen Bahnplan gehalten haben, der nach unten durch die CW-Barke und nach oben durch die PSK-Barke eingegrenzt war. Die Bandbreite der beiden Narrowband- und des Wideband-Transponders also wird durch sogenannte Oberflächenwellenfilter im S-Band-Empfänger bestimmt. Übrigens herrscht vielfach unter den Funkamateuren der Irrtum, dass es sich beim QO 100 lediglich um einen kommerziellen TV-Transponder handelt, der nur auf unsere Frequenzen umgestellt wurde. Dem ist aber bei Weitem nicht so, die gesamte AMSAT-Payload wurde speziell nach unseren also Amateurfunk-Vorgaben entwickelt und gebaut. Auch die Uplink- und Downlink-Antennen wurden speziell für uns angebracht, um die gesamte sichtbare Erdhalbkugel und nicht nur einen Spotbeam nach Europa abzubilden. Üblicherweise arbeitet man im kommerziellen Bereich mit deutlich größeren Bandbreiten als bei unseren Transpondern. Insbesondere beim schmalen Narrowband-Transponder hat man hier schon gewisse technische Grenzen erreicht, so dass die Bandbreite hier aber doch etwas größer ausgefallen ist und die Flanken nicht so steil sind. Das ist uns auch erst während der In-Orbit-Testphase bewusst geworden, da die CW- und PSK-Parken und Leila jedoch nicht im Satelliten, sondern bei der Bodenstation als Teil der Leila-Box erzeugt werden und diese für den ursprünglich nur 250 kHz breiten Transponder ausgelegt waren, hatten wir zunächst an den ursprünglichen Planungen festgehalten und sahen auch keine Veranlassung etwas daran zu ändern. Nun haben jedoch in den letzten Monaten der Betrieb und die Belegung des Transponders besonders im SSB-Bereich deutlich zugenommen. Auch die Verwendung von STRs mit Wasserfalldiagramm trägt dazu bei, dass sich Benutzer schneller finden, naja und auch schwarze Schafe schneller auffallen. Um den Transponder-Bereich nun aufzuweiten, sind am Satelliten keine Änderungen erforderlich. Dafür muss aber Leila am Boden technisch aufgerüstet werden, da die bisherige Hardware basierend auf dem Red Pitaya für mehr als 250 kHz nicht ausgelegt und am Rande ihrer Leistungsfähigkeit ist. Es musste also neben einiger Softwareänderung auch eine neue Hardware her, sodass Leila nun die vollen 500 kHz abdecken kann und bei übertriebener Ablinkleistung entsprechende Markertöne generiert. Zudem gab es auch Wünsche, was die CW-Barke und eine zusätzliche Engineering- und Experimentierbarke angeht. Durch die F1A-Modulation mit den Pausen zwischen den Punkten und Strichen der CW-Barke ist es ja manchmal etwas schwierig, die Antenne anhand dieses Signals optimal auszurichten. Und es gab mehrere Anfragen, ob man stattdessen nicht eine Frequenzumtastung mit konstantem Träger einführt, wie dies bei vielen terrestrischen Parken der Fall ist. Mit dem neuen Bandplan wird dies nun ebenfalls umgesetzt. Da die PSK-Barke am Boden durch eine GPS-Referenz sehr frequenzgenau ist, kann die Luft eines LMB im STR-Empfänger automatisch kompensiert werden. Das wollen wir natürlich beibehalten. Jedoch wird daraus die neue Mittelbarke in der Mitte des Transponder-Durchlassbereichs. Neu ist die künftig obere Barke, die eine experimentale Barke sein wird, am Anfang mit CW oder PSK, später mit ausgefeilter Modulation und anderen effizienten Protokollen, die Empfang mit extrem schwachen Signalen ermöglichen soll. Es soll dabei möglich sein, den bloßen LNB in Richtung des Satelliten zu halten, um Daten zu empfangen. Die untere und obere Barke begrenzt wie bisher den zulässigen Transponder-Bereich. Neben erweiterten Bereichen für die verschiedenen Betriebsarten wird auch insbesondere dem Mixed-Mode unter anderem besonderen Betriebsfällen mehr Raum geschaffen. Hier sollen neben reservierten Frequenzen für Notfunkbetrieb auch mehr Experimente ermöglicht werden. Alles jedoch bitte nur mit maximal 2,7 Kilohertz Bandbreite. Automatischer Betrieb bedarf einer Sonderlizenz der lokalen Genehmigungsbehörden und ist vorher mit dem Betreiber zu koordinieren. Diese Aufgabe übernimmt stellvertretend die AMSA-DL für die QARS und S-Heilsat. Um dem Nutzerverhalten Rechnung zu tragen, haben wir insbesondere den SSB-Bereich fast verdoppelt. Mario Delta Lima 5, Mike Lima Oscar und Jens Delta Hotel 6 Bravo Bravo, die haben am 14. Februar dieses Jahres einige Umbauten an der Bodenstation DK0SP in Bochum vorgenommen und die neue Leila Hardware in Betrieb genommen. Parken und Leila werden seit der offiziellen Inbetriebnahme vor einem Jahr von AMSA-DL in Bochum gesendet. Und ja, das Schönste ist, der neue Bandplan tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Schaut nach unter AMSA-DL und man findet dann ganz leicht alle Infos, alle Grafiken der neue Bandplan sehr übersichtlich. Und ja, wunderbar, dass er schon da ist und im Video, hoffe ich, sind wir auch zu sehen über diesen wunderbaren Satelliten. So, wir kommen nach OE1 Wien. Eine Meldung, ganz frisch, heute in der Früh reingekommen von Kurt, OE1 KBC. Danke. Landesverband 1 Frühjahrskurs. Am vergangenen Mittwoch war das Kick-Off für den Frühjahrskurs 2020. Alle möglichen 22 Plätze sind ausgebucht und das Ausbildungsteam bereitet gerade einen Sommerkurs vor. Das Team um Landesleiter Reinhardt, OE1 Romeo Hotel Charlie und David, OE1 Foxtrot Delta Whisky, Mike, OE3 Mike Zulu Charlie, Michael, OE1 Mike Charlie Uniform, Oscar, OE3 Oscar Whisky Alpha und Kurt, OE1 KBC, ist bemüht, alle Themen der Prüfungsklassen 3, 4 und 1 optimal an die Prüflinge weiterzugeben. Anmeldungen für den Sommerkurs werden jetzt bereits gerne entgegengenommen und wir werden versuchen, den passenden Prüfungstermin am Ende des Sommers bei der Fernmeldebehörde zu bekommen. Aber Anmeldungen an unseren Newcomer-Referenten Matthias, OE1 Mike Papa Romeo at OEVSV.at ist seine Mailadresse. Ja und weil so viel zu tun ist im Landesverband Wien, heute ist ja SHF-UHF-Aktivitätstag, Kurt lässt sich entschuldigen, er ist selber heute nicht am Bisamberg, aber wer gerne dorthin fährt, die wunderbare Position einnimmt, Wetter passt auch ziemlich. Das findet grundsätzlich natürlich statt, aber ohne dem Beisein von Kurt, denn er hat gesagt, es ist einfach zu viel los im Landesverband Wien. Es ist viel los im Landesverband Wien, gleich am 19.02., also in der kommenden Woche. Zunächst einmal basteln und messen. Willi OE1 Delta Fox Trotz Sierra startet mit euch das Projekt ganz aktuell QO100 im Landesverband Wien. Dieser Event ist also am 19.02., beginnt um 18 Uhr, Ende etwa 21 Uhr. Und ebenfalls am selben Tag findet im Landesverband Wien der Luga Tech Club Abend der Linux User Group Austria statt. Der Beginn ist 19 Uhr. Ein solcher Tech Club Abend soll gegenüber dem normalen Club Abend der Luga, also der Linux User Group Austria, habe ich schon gesagt, eine arbeitsamere Atmosphäre bieten und dem gemeinsamen Lösen von Problemen und dem Austausch von Ideen dienen. Es sind alle Benutzer, Benutzerinnen, Interessenten, Interessentinnen von freien Unix-Klonen, insbesondere Linux, aber auch BSD, herzlich willkommen. Und natürlich sind alle interessierten Funkamateure und Funkamateurinnen recht herzlich eingeladen mitzumachen. Diese Veranstaltung läuft im Vortragssaal im Landesverband Wien. Hier grüßt mit 73 Roland OE1 Romeo Sierra Alpha. Ja, ich vermute daher, dass die vorher angekündigte Bastel- und Messaktivität am 19. Februar in der Werkstätte des Clubheims abgehalten wird. Platz ist ja für alle da. Weiter im Landesverband Wien, jeden dritten Donnerstag im Monat treffen wir einander in der Eisvogelgasse, um Themen zum Clubbetrieb im Landesverband Wien gemeinsam zu besprechen. Also ein fixer Tag, ein Jour Fix, wie das ja auch heißt. Die Themen werden gemeinsam diskutiert und für den Vorstand zur nächsten Sendung, Sitzung, pardon, vorbereitet. Nächster Termin, 20.02.19 bis 20 Uhr im Vortragssaal Landesverband Wien. Wer die Adresse noch immer nicht auswendig kann, S-Vogelgasse 4-3 1060 Wien. Wir sind noch nicht fertig mit Wien. Nächster Termin, 27.02.19 bis 22 Uhr, ein Jugendtreff. Unser Newcomer-Referent Matthias, OE1-Mike-Papa-Romeo, bespricht mit euch Aktivitäten für das Jahr. Newcomer, herzlich willkommen. Details bei Matthias, OE1-Mike-Papa-Romeo, OE1-MPR, at oevsv.at. Noch eine. Am 29.02.19 wird im Landesverband Wien eine Mitgliederversammlung abgehalten. Details zu dieser Versammlung bitte nachzulesen, im allerdings nicht öffentlich zugänglichen Bereich, für die Mitglieder auf der Homepage, sowie in der Einladung, die an alle Mitglieder versandt worden ist. Das Ganze ebenfalls Landesverband Wien, Vortragssaal, Eisvogelgasse 4-3 1060 Wien. Diese Veranstaltung ist eine Vormittagsveranstaltung, sie beginnt um 10 Uhr. Mit einem Schluck Wasser, für die, die es nicht gesehen, sondern nur nicht gehört haben, wir kommen nach Salzburg, OE2. Hier nur die Meldung. Das Klubheim ist freitags ab 18 Uhr für Funkinteressierte geöffnet. Die Adresse 5071 Wals-Sietzenheim, Mühlwegstraße 26. Und wer weitere Infos braucht, kontaktiert außerhalb der Öffnungszeiten bitte. Landesleiter Peter, oe2-romeopapa-lima, at oevsv.at. Oder den Klubheimbetreuer Roland, oe2rol, at oevsv.at. Weiter nach Niederösterreich. Am Samstag, dem 22. Februar, findet in St. Pölten ein von der ÖVSV-Ortsgruppe ADL 304 und ADL 330 veranstaltetes Newcomer-Funkpeilen statt. Manuel, OE3-Mike-Tango-Bravo, lädt ganz herzlich ins Hackerspace mit dem Namen Segmentation Vault in St. Pölten ein, um das Amateurfunkpeilen näher kennenzulernen. Also, wer möchte, kann in den Segmentation Vault gehen. Dabei geht es ums Aufspüren eines Funksenders mit Hilfe eines Peilempfängers. Diese Veranstaltung verbindet Bewegung und Spaß im Freien mit der Funktechnik. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Zu Beginn wird die dahinterstehende Theorie kurz erklärt. Anschließend geht es weiter mit Praxis im nahegelegenen Kaiserwald. Jeder, egal ob er oder sie Vorkenntnisse im Bereich der Funktechnik hat oder nicht, kann dabei mitmachen. Bitte aber einen eigenen Kopfhörer mitbringen und wie ich weiß, am besten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Infos auf der Website fox.at, bitte f0x das Fox schreiben, dann klappt's. Treffpunkt ist der St. Pölten Segmentation Vault in der Kremsergasse 11-1, 10 bis 16 Uhr. Zeitraum der Veranstaltung OE3-Tango-Kilo-Tango. Der Tom ist der Ausrichter der Fuchsjagd und der Veranstalter Gesamt ist OE3-Mike-Tango-Bravo, der Manuel. Anmeldung bitte per Mail an info at segvolt.space. Also sehr spacige URL, info at segvolt.space. So, nein, noch keine, noch keine Jingles, denn wir bleiben noch im Landesverband 3. Ganz wichtig, weil knapp, der Entwurf zur Statutenänderung des Landesverbandes 3, der steht auf der Homepage des Landesverbandes Niederösterreich für euch zum Download bereit. Es ist der Statutenentwurf vom 13. Dezember des vergangenen Jahres. Bitte Feedback an den Landesleiter Enrico, Oscar ECO 1, Echo Quebec Whisky bis zum 19.02. Also, wer mitreden möchte, drei Tage habt ihr noch Gelegenheit dazu. Jetzt aber nach OE4 ins Burgenland. Der Funkflohmarkt in Neudorf bei Parndorf. Da ging es ja zweimal hin und her, weil der Ort nicht klar war oder nicht zur Verfügung stand. Ernst, OE4, ECO November, Bravo hat dankenswerterweise den Flohmarkt nun fixiert und organisiert. Er wird aber erst Ende März stattfinden, am 28.03. vom 7 bis 13 Uhr in Neudorf, Postleitzahl 2475, Hutweideweg, Veranstaltungshalle. Tischreservierungen und alles weitere bitte über den Jürgen, OE4, Juliet, Hotel Whisky, at OEV, SV.at. Ja und alles andere, alle anderen Meldungen diesbezüglich und Termine, die noch in der Februar QSP stehen, die konnten sich leider nicht mehr vor dem Druck herausradieren lassen. Dort steht was Falsches. So, daher also die Februar QSP bezüglich Funkflohmarkt in OE4 ignorieren. So, kurze Pause, weil mich ein bisschen, naja man merkt das schon, wenn man in einem durchreden muss, das stringt schon mehr an als das abwechselnde Plaudern mit der Silvia. Jetzt sind wir in OE5 Oberösterreich. Die Ortsgruppe 507, die hat kürzlich erfahren, das OE5 Kilo Romeo November. Das ist der Franz und er ist der Ersteller des Contestprogramms Saiga AOEE und viele andere nützliche Contestprogramme für unser Hobby. Und Franz ist ja körperlich beeinträchtigt und sitzt im Rollstuhl. Er hat aber jetzt den Führerschein gemacht. Wir gratulieren. Und damit er auch unterwegs sein kann, ist die Anschaffung eines Fahrzeugs mit Spezialumbau nötig. Und um uns für sein Engagement für den Amateurfunk zu bedanken und ihn bei der Anschaffung seines Autos zu unterstützen, hat die Ortsgruppe ADL 507 Spenden gesammelt und konnte ihm genau 1001 Euro überreichen. OE5 KRN bedankt sich an dieser Stelle. Ja, das war also die Ortsgruppe ADL 507 mit einer großzügigen Spende an OE5 KRN den Franz. Die Info bekam ich vom Gerhard Pirkelbauer, OE5 Papa Golf Mike. Danke Gerhard fürs Rüberschicken dieser Info. Jetzt haben wir noch einen Ferntermin, OE5, den werden wir immer wieder verlesen. Das 36. internationale Amateurfunktreffen in Gosa am Dachstein, das findet heuer vom 3. bis 5. Juli statt. Und damit sind wir schon in OE6. Klubabend ADL 612, Deutschlandsberg im Tinkerspace Lab 612. Der ADL 612, das ist Deutschlandsberg, betreibt einen Tinkerspace, ein Projektlabor und eine Funkstelle im sogenannten Lab 612 in Freiland bei Deutschlandsberg und versteht sich als kreative Ideen- und Projektwerkstätte. Als Arbeitsraum zum Erproben und Erforschen von Ausbreitungsbedingungen und auch als Klubheim des österreichischen Versuchssenderverbandes Ortsstelle Deutschlandsberg. Super Kombination. Neben Funkamateuren sind dort alle willkommen, die Spaß an Elektronik, Informatik, drahtloser Nachrichtenübertragung und im Speziellen natürlich Amateurfunk haben. So werden dort Projekte der Home Automation, 3D-Drucken, Mikroprozessoren, LoRaWAN, Mikrowelle, PMR, CB-Funk und natürlich Amateurfunkprojekte entwickelt, gestaltet und zusammen gecraftet und gebaut. Und wir halten in den Räumen des Lab 612 auch die Clubabende des ADL 612 ab, welcher immer am letzten Freitag des Monats um 17 Uhr UTC stattfindet. Das Lab 612 befindet sich im ehemaligen Werkraum der Volksschule Freiland bei Deutschlandsberg, daher die Adresse Freiland 34 85 30 Deutschlandsberg. Und wir freuen uns über jeden Besuch, 73.de, der Funkamateure des ADL 612. OE7 Tirol. Während die digitale Kommunikation allorts präsent ist, geraten oft die Anfänge der Telekommunikation bereits in Vergessenheit. Um dem entgegenzuwirken, reaktiviert die Sonderausstellung in Innsbruck alte Techniken und macht so den Wandel auf beeindruckende Weise erlebbar. Sofern so nah, eine Kulturgeschichte der Telekommunikation lautet der Titel dieser Sonderausstellung im Zeughaus in Innsbruck. Ein Mörsegerät kann bedient werden. Ein optischer Telegraf verschlüsselt die Nachrichten der Besucherinnen und Besucher mit Geheimcodes. Funkgeräte, die bei Katastropheneinsätzen verwendet werden, kommen zum Einsatz und Postkarten werden über die Rohrpost durch die Ausstellung gesendet. Wie aufwendig die Kommunikation früher war, wird so manch junges Publikum beeindrucken. Und im Gegenzug dazu erfahren, entführen die Digital Natives ältere Besucherinnen und Besucher in ihre heutige Kommunikationswelt. In einer Installation zeigen sie die Instagram-Kommunikation zwischen Innsbruck, Wien und Taiwan. Dabei werden auch die Herausforderungen, die hinsichtlich der Medienkompetenz entsteht, beleuchtet. Und natürlich gibt es dort auch Amateurfunkaktivitäten. Jeden ersten Samstag im Monat, beginnend mit dem 7. März von 15 bis 17 Uhr, dann am Kids Day, das ist der 20.06., am Girls Day, der 23. April, der ORF Langenachter Museen, 3.10. sowie zu anderen Events und Führungen des Museums betreiben wir die Sonderstation Oscar Eco 7 X-Ray Zulu Juliet direkt aus den Ausstellungsräumlichkeiten im Zeughaus in Innsbruck. Eine Whisperbarke sendet direkt aus dem Zeughaus mit dem Rufzeichen OE7 X-Ray Zulu Bravo auf 80, 40, 30 und 20 Meter. Und die Reichweite der Barke kann an einer Station der Ausstellung auf einem Bildschirm live beurteilt werden. Auch ein Morserino sowie eine Morser-Übungsstation lädt die Besucher zum Ausprobieren der Telegraphie ein. Na bitte, Willi OE1-WKL, bis ins Museum hast du es geschafft. Congrats mit dem Morserino. So, Sidestep, zurück zum Text. Vielen Dank an Harry Zachariasen von Zachtek für seine großzügige Unterstützung und auch dem Team des Museums für die Möglichkeit, die Amateurfunkstation in dem mehr als 500 Jahre alten historischen Gebäude zu errichten und zu betreiben. Und jetzt nochmal zu den Öffnungszeiten des Museums und der Sonderausstellung. Dienstag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr ist sie geöffnet. Der Ort ist das Museum im Zeughaus, Zeughausgasse 1, 6020 Innsbruck. Link zur Sonderausstellung, zu den Führungen und allem, was damit zusammenhängt. Tiroler-Landesmuseen, das ist also die Mehrzahl, Tiroler-Landesmuseen.at Info von Manfred OE7, AAI, Landesleiter OE7. Vielen Dank, lieber Manfred. Ich habe mich bei dir nicht gemeldet. Ich bin dir da noch was schuldig. So, nach OE8 würde ich gern gehen. Auch nach OE9 mit den Meldungen leider nichts da. AMRS, auch nicht der nächste Clubabend, findet dann erst statt für den nächsten Rundspruch. Daher sind wir für heute schon bei den Funkrunden und Funkaktivitäten. Ich erinnere noch einmal an den UHF-SHF Aktivitätscontest. Er ist ja normal an jedem dritten Sonntag im Monat, also heute am 16. zwischen 7 Uhr und 13 Uhr UTC. Geplant ist auch ein Treffen am Bisamberg auf der Wiese vor dem Sendergebäude. Wer dort sich bereits aufhält, herzliche Grüße. Aber Kurt OE1Kilo, Bravo Charlie, der dann einmal führend mit dabei ist mit Equipment, der hat viel zu tun im Landesverband Wien und hat sich das für heute verkniffen. Weitere Infos auf mikrowelle.oivsv.at. Das ist die URL zum Thema UHF-SHF. Weitere Funkrunden, Funkaktivitäten am Montag, dem 17. Februar, also morgen, findet die nächste 160 Meter Bandaktivitätsrunde statt. Leitfunkstelle ist die Klubfunkstelle der AMRS Waldviertel, OE3 X-Ray Romeo Charlie. Man trifft sich um 19.45 Uhr lokal auf 1882 Kilohertz plus minus QRM. Und die Marion OE3 Yankees Sierra Charlie beginnt mit dem Vorlog. Danach folgt die Hauptrunde, geleitet von Andi OE3 Alpha Papa Mike und Martin OE3 Eco Mike Charlie. Als Abschluss ist dann Kurt OE3 Kilo Uniform Sierra für Telegrafiestationen QRV. Und es sind alle Funkamateurinnen und Funkamateure recht herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Die Meldung kam von Martin OE3 Eco Mike Charlie. Wir gehen weiter zur ALLSOE3. Die veranstaltet an jedem dritten Mittwoch im Monat den beliebten Aktivitätsabend für alle, die sich für Notfunk interessieren. Er soll dazu dienen zu sehen, wie weit die ALLSOE3 auf den verschiedensten Bändern und aus den verschiedensten QTHs zu erreichen ist. Wir werden von 18 bis 19 Uhr lokal Bestätigungen mit dem Call OE3 XNA entgegennehmen. Der nächste Termin ist, naja, dritter Mittwoch im Monat, der 19. Februar. Es werden die Frequenzen Simplex 145,5 benutzt von 18 bis 19 Uhr. Diese Frequenz wird auch permanent abgehört. SSB auf 144,275. Hier wird durchgehend abgehört. Kurzwelle 3.643 Kilohertz 18 bis 18.20 Uhr und zusätzlich die Relais Buschberg 438,8 von 18.20 bis 18.40 Uhr und der Lagerberg 445,625. Ein 2-Meter-Relais von 18.40 bis 19 Uhr. Das Team der Landesleit-Amateurfunkstelle OE3 bedankt sich für die zahlreiche Mitarbeit und grüßt hier mit dem stationsverantwortlichen Peter OE3, Oskar Papa Alpha Peter und OE3 Charlie Foxtrot Charlie, der Chris, sein Stellvertreter. Der Alexander Delta Lima 4 November Oskar, Redakteur des Oberbayern Rundspruchs im DARC, hat uns für die heutige Sendung wieder interessante Meldungen zur Verfügung gestellt. Zwei habe ich mir herausgepickt. Zunächst neues Ziel für die Schulstationskontakte ist nun die Neumeyer Station. Tja, anstatt der ISS oder zusätzlich zur ISS würde ich das hoffen. Seit kurzem hat die Deutsche Antarktis Station eine Anbindung an den geostationären Amateurfunksatelliten QO100 und darüber sind selbst spontane Kontakte möglich, wie das Goethe-Gymnasium in Berlin-Lichterfelde am 29. Jänner bewies. Zum Science Day am 6. Februar bauten Severin Delta Lima 9 Sierra Whisky und Rainer Delta Foxtrot 2 November Uniform vom Kete-Kollwitz-Gymnasium in München eine Verbindung zu Delta Papa 0 Golf Victor November auf, die über Oskar 100 lief. Die Partner in der Antarktis, die waren Felix Delta Lima 5 X Re Lima und die Luftchemikerin Julia Loftfield. Tja, diese Gegenstation mag vielleicht nicht ganz so exotisch sein wie die ISS, aber die Verbindung darf immerhin länger dauern als die maximal 20 Minuten eines ISS-Überflugs. Und das haben die auch ausgenutzt. In drei Stunden bekamen die etwa 50 Schülerinnen und Schüler rund 40 Fragen beantwortet. Und bei YouTube, sucht bitte danach, gibt es einen Mitschnitt dieser Verbindung. Zweite Meldung aus dem Oberbayern-Rundspruch. Am letzten Samstag fand das siebente Heimnet-Treffen des Distrikts Bayern Ost auf dem Granzberg bei Straubing statt. 22 OMS und SWLs konnten ein vielfältiges Programm genießen. Das Protokoll führte der AJW-Referent des Distrikts Bayern Ost, Delta Lima 1 Foxtrot Lima Oskar. Und natürlich war auch hier das Satellit QO 100, speziell dessen Breitbandtransponder, ein Thema. Alfons Delta Foxtrot 1 Romeo India wies darauf hin, dass einzelne Set-Top-Boxen auch die passenden Empfangsfrequenzen und die niedrigen Datenraten beherrschen, die bei DATV üblich sind. Damit ist der Empfang des Breitbandtransponders von QO 100 kaum komplizierter als der Empfang der Astra-Satelliten. Und sogar eine Schiellösung an einer 80 cm großen Astra-Schüssel ist denkbar. 25,9 Grad Ost gegenüber den 19,2 Grad Ost des Astra. Das ist also technisch machbar. Info, Dankeschön, Delta 4 November Oskar. Wir bleiben noch im Ausland. Der polnische Amateurfunkverband PZK möchte die Amateurfunkgemeinde einladen, anseit am Preiswettbewerb zum 95. Jubiläum der JARU und 90-jährigen Jubiläum der PZK teilzunehmen. Aus diesem Anlass ist derzeit eine Sonderstation, eine sind mehrere Eventstationen mit XX95 JARU und XX90 PZK auf den Bändern. Infos auf der Website 90.pzk.org.pl für Polen. Eine Meldung aus Italien habe ich schon einmal verlesen, ist aber immer noch hochaktuell. Der Club ARI hat derzeit das Sonderrufzeichen India India 3 Bravo India Alpha. Aus Anlass der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antolz in Südtirol in Italien. Die Weltmeisterschaft läuft vom 12. bis 23. Februar. Wir sind also mittendrin und er wird dieses Call sein, aber den gesamten Februar, also vom 1. bis zum 29. In allen Modes, allen Bändern und auf dem S-Heil, also dem QO-100-Satelliten. Diese Info bekam ich vom Karl-Heinz Oberhammer India November 3, ECO India ECO, dem Präsidenten der Sektion ARI in Bruneck. Zurück nach OE, da gibt es zwei Jobs zu vergeben. Manfred OE 3 KMB muss aus Zeitmangel die Mitarbeiter im Referat für Öffentlichkeitsarbeit beenden. Wir suchen daher eine XYL, YL oder einen O, der oder die sich dieser Aufgabe stellen will. Bei Interesse Manfred OE 3 KMB oder Harald OE 1 HBS kontaktieren. Bitte immer Rufzeichen at oevsv.at Ja und der Robert OE 3 RTB, der sucht auch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin als Landesverband 3 Schatzmeister oder Schatzmeisterin. Meldet euch bitte bei oe3rtb at tenmaier.at, tenmaier mit TH und AY zu schreiben. Damit sind wir für heute mit unseren Meldungen wieder durch. Wir haben aber, es ist dritter Sonntag im Monat, noch ein paar Seiten dran mit den Meldungen vom ADX-B Rundspruch 2020. Ja, läuft schon. Die Autoren sind Franz Bratzter und Harald Süß. Wir beginnen mit einigen Satelliten-News vom Astra, 19,2 Grad Ost. Unter Mediashop Live wurde ein weiterer deutschsprachiger Shopping-Sender der gleichnamigen TV-Verkaufskette aufgeschalten. CBNN, wie Crypto-Blockchain-News-Network, nennt sich ein neuer US-amerikanischer Business- und News-Kanal. Und unter TVGA, HD Europa, aus dem spanischen Galicien, bekannt durch Asterix und Obelix, meinen die Autoren, wurde das Regionalprogramm jetzt auch in HD aufgeschaltet. Die Transponder-Frequenzen sind wie üblich unter Österreich-Satelliten-Programmierung auf der ADX-BAT-Homepage zu finden. Tja, funktioniert. Und jetzt zu den weltweiten Radiotipps. Wir beginnen mit der Mittelwelle Italien. Auf der Mittelwelle 1584 sendet manchmal aber unregelmäßig die italienische Privatstation Radio Diffusione Europea aus Triest. Wenn man Glück hat und die Station hört und einen Bericht anfertigt, kann man mit einer e-QSL rechnen, die allerdings, naja, kann manchmal ein halbes Jahr brauchen, bis sie abgeschickt wird. Hier die Kontakt-Mail redazione at radiodiffusione europea. Das Ganze ist eine Wurst, ein Wort, Punkt net. Die WR Transworld Radio sendet über diverse ehemalige Gussstaaten auf Mittelwelle und kann teilweise bei uns in Europa recht brauchbar gehört werden. Allerdings muss man sich schon ein wenig an die teilweise sehr fremden Sprachen gewöhnen. Folgende Sendungen wurden beobachtet via Gawar Armenien auf 864 Kilohertz in Russisch, 1350 Kilohertz kurdisch und türkisch. Das ist so zwischen 1745 und 1830 gewesen auf 1377 Kilohertz in Kurdisch, Farsi und Arabisch, 18 bis 21 Uhr. Weiters über den Senderstandort Tartu in Estland auf 1035 Kilohertz russisch. Via Grigoripol Mayak in Transnistrien, das ist der russische Teil von Moldawien, auf 999 Kilohertz von 19 bis 21 Uhr in Russisch, in Weißrussisch, Ukrainisch und Rumänisch. Auf 1548 Kilohertz 19 bis 21 Uhr 30 in Ungarisch, Bulgarisch und Serbisch. Via Bishkek, Kyrgyzstan auf 612 Kilohertz, 14 bis 16 Uhr 30 russisch und andere Ostsprachen. Eine QSL erhält man über Kalman Dobosch via E-Mail kdobos, 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 at twa.org. TWR Benin hat auf 1476 Kilohertz gewechselt und ist schwach, aber doch noch erkennbar in Westeuropa zu hören. So, auch hier gibt es die QSL über den Kalman Dobosch. Per Brief kann man aber auch folgende Anschrift benutzen, TWR Benin, Watt Postal 1039, Paracou Benin. Und jetzt gehen wir weiter zur Kurzwelle. Radio Taiwan International, kurz RTI, hat in seinem Hörerbriefkasten Testsendungen für das französischsprachige Programm angekündigt. Diese lauten wie folgt alle auf der Frequenz 6005 Kilohertz mit dem Senderstandort Kostinbrot in Bulgarien. Man will am 22., 23. und 28. und am 29. Februar und am 1. März zwischen 19 und 19.30 Uhr testen. Die Senderanschrift für Bestätigungen lautet RTI Sektion Francaise 55 PI An Road Taipei 10462 Taiwan. Mehrere Hörer meldeten den Empfang von Radio Mali aus Bamako, zum Beispiel um 20.55 in Englisch auf der 5.995 Kilohertz oder um 17.55 kurz vor Sendeschluss in Französisch auf 9.635 Kilohertz. Also ein Bericht kann geschickt werden an folgende Adresse ORTM Radio Mali, Rue de la Marne Nummer 287 oder an das Postfach Bordpostal 17 Bamako in Mali. Einfacher geht es per Mail ORTM at ORTM.ml. Auch leicht zu merken. Nun was für ganz spitze Ohren. Die australische Station 4 Kilo Zulu aus North Quinland ist seit 20. Dezember des Vorjahres erstmals auf der Kurzwelle aktiv. Auch das gibt es. Man sendet auf der 5055. Falls man tatsächlich dieses Signal bei uns empfangen sollte, kann man eine E-Mail senden an receptionat4kz.com.au Jetzt haben wir noch eine Meldung aus Südamerika gut zu empfangen. Nach wie vor Radio Nacional do Brasil aus der Hauptstadt Brasilia in Portugiesisch auf 11.780 Kilohertz. Bei uns am besten abends um ca. 20 Uhr. Man antwortet relativ verlässlich auf einen Empfangsbericht mit QSL. Erreichbar ist die Station wie folgt. Radio Nacional Amazonia, Caixa Postal 259, CEP 70710-750 Brasilia. Und eine E-Mail Adresse habe ich hier auch. Amazonia Brasiliera in einem Wort geschrieben at ebc.com.br Die Quellen waren das ADX-B Infoservice, Franz Pratzda, der Harald Süß, Paul Gager, Rumen Pankow, via Rustex, die ADX-Mailingliste und Top News vom WorldWildDXC. Das waren die Meldungen heute aus dem ADX-B Rundspruch. Und das war es für heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Die Rundsprüche gibt es als Podcast oersp.oevsv.at. Nächsten Sonntag ist wieder ein Wien-Rundspruch. Wir melden uns dann hoffentlich wieder zu zweit am 1. März. Schönen Sonntag wünscht das Team des OE-Rundspruchs. OE1 November, Bravo Sierra an der Bildtechnik und Wolfgang OE1 Whisky, Bravo Sierra. Schönen Sonntag für heute noch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017